Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute habe ich mir gedacht, ich mache mal was vegetarisches. Ich bin über den Viktualienmarkt gebummelt und ihr habt vielleicht die letzten Steinpilze in diesem Jahr entdeckt und dann habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal wie man einen Kartoffel-Steinpilz-Kraton macht. Das ist gar nicht schwer und ich habe mir hier eben besorgt Steinpilze. Dann braucht man dazu natürlich Kartoffeln und ich habe auch hier getrocknete Steinpilze. Die habe ich schon klein geschnitten und abgewaschen. Die tropfen jetzt ab. Hier habe ich ein Sahne-Milch-Gemisch. Dann braucht man natürlich Butter, ein bisschen Knoblauch, Rosmarin und dann natürlich Salz, Pfeffer, Olivenöl und dazu mache ich einfach einen Salat und jetzt gebe ich die getrockneten Steinpilze in das Milch-Sahne-Gemisch rein. Das koche ich auf und lasse einfach zehn Minuten ziehen und die Steinpilze, die größeren Scheiben, die schneide ich mir einfach noch in kleinere Stücke und die Kartoffeln muss ich mir jetzt mal schälen und auch auf einem feinen Hobel dünn hobeln und dann sehen wir uns wieder. Meine Steinpilz-Sahne habe ich jetzt aufgekocht und ziehen lassen. Die wird jetzt gewürzt mit Salz und Pfeffer. Die soll ja auch würzig werden. Dann brauche ich eine Pfanne, die mache ich jetzt heiß. Ich habe mir hier die Steinpilze natürlich mit so einer kleinen Bürste abgeputzt und abgepinselt. Da ist auch ein ganz netter Laden am Viktoralienmarkt in München. Die verkaufen so Bürsten. Also da habe ich eine eben für Pilze. Ich habe die Pilze auch noch mal dünner geschnitten und jetzt mache ich mir in der Pfanne Olivenöl heiß und brate die Pilze ganz schnell und ganz heiß einfach ein bisschen an. Was ich natürlich auch noch machen muss, das ist meine Gratinformen einfetten. Ich nehme jetzt hier, ich habe so einzelne kleine Portionsformen. Man kann das natürlich auch mit einer großen machen. Ich streiche die dann mit Butter aus. Dann habe ich hier eine halbierte Knoblauchzehe und streiche damit dann die Form ein. Dann bekommt das Gratin noch ein Knoblaucharoma. Das mache ich jetzt mit allen Formen. In der Zwischenzeit brutzeln meine Pilze und jetzt muss ich mir die Kartoffeln noch schälen und ich habe hier einen ganz feinen Hobel. Dann schneide ich die noch in ganz, ganz feine Scheiben und den Backofen, den heize ich mir auf 200 Grad vor. Meine Steinpilze habe ich jetzt knusprig angebraten mit wenig Öl, eben keinem Wasser, weil ich sie nicht gewaschen habe, sondern nur mit einem Bürstchen abgeschrubbt. Jetzt habe ich sie gesalzen und gepfeffert. Dann bleibt auch, dann ziehen auch die Pilze kein Wasser. Hier habe ich meine mit Butter ausgefetteten Förmchen. Ich habe sie mit Knoblauch ausgerieben. Dann habe ich mir meine Kartoffeln wirklich hauchdünn gehobelt. Habe jetzt ein paar Lagen reingelegt in die Förmchen. Dann kommen ein paar Steinpilze drauf. Und von der Menge ist natürlich das Volumen auch geschrumpft von den Steinpilzen. Jetzt kommt wieder eine Lage Kartoffeln drauf. Die lege ich schön rein. Es ist auch eine wunderbare Beilage zu naturell gebratenem Fisch oder auch ein schönes Stück Rindfleisch, also Rinderfilet oder eben Kalbsfleisch. Und dann habe ich hier die Steinpilzsahne. Die kommt dann oben auf. Dann braucht man für jedes Förmchen noch eine Flocke Butter. Und dann ein paar abgezupfte Rosmarinnadeln. Und dann kommen die Förmchen für 25 Minuten auch in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad rein. Und dann sind die fertig. So, Ergebnis von meinem vegetarischen Gericht. Ein Steinpilz Kartoffelgratin mit einer kleinen Salatgarnitur. Ist toll geworden. Das tritt halt ein bisschen raus. Kann man nichts machen und einfach einen Salat anmischen. Und ich finde, das ist eine tolle vegetarische Hauptspeise. Und wenn Sie es als Beilage serviert, können Sie es auch in einer großen Gratinform machen. Der Aufwand ist nicht so groß und ich freue mich auf nächste Woche auf euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.